Hengen Koppel und für Mäuse es kommt nicht mit den Medien Nürnberg eine Tod und die andere wieder böse guckt Tötig 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 vielleicht erst mal die Freude zurück und ich hab's geschafft Leute ich bin zu entsticht der Spiegel gefordert er hat er jetzt nicht habt ihr für sie auch nicht brauche ich hab 200 ab holt er bis zu ihm und trotzdem feste ich hab ein schlechtes Gefühl mehr mehr die hier um zu retten das Leben werden Prozent nun kann ich Kontakt mit Mail aufnehmen muss Kontakt mit Mail aufnehmen die wird sich Sorgen nicht machen wenn ich bin und und mehr werden und Prozent macht er ein kurzer Schritt und kommt gleich wieder so leute ich den kurzen Schnitt aber ja um man geht man es gerne runter durch Thorsten unten vom Opel von der unten vom Haus in das Auto steht Rudi Kupfen ja Reiter mehr mehr werden seid vorsichtig das Netz ist sehr komisch schön mit 14 davon und die Navi Plus 20, okay Gotte, get some news okay um ja Gotte, get some news ähm ja blablabla blablabla und hier haben wir noch ne Datei keine Mäuse huch keine Mäuse schön mhm 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 so, stirbt zumindest du Geist der Mann macht mir keine Sorge eigentlich äh eigentlich ja ja ich hoffe meine Schwester hat mal wieder Probleme und zeigt wie ich es kann so wuuhh ich liebe meine Familie nicht doch nein, keine Ahnung vielleicht mhm 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 ich hoffe man hört das nicht, dass sie wieder versuch zu singen, wenn sie nicht singen kann wuuhh ähm ja egal äh das kommt, kann ich mir noch etwas was machen ähm, nein, sieht nicht aus oder äh 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 nein ok, ähm nochmal kurzen Schnitt äh ich guck mal grad was ich machen muss bis gleich so, Leute ähm, ja man kommt hier zu nichts bei mir zuhause immer muss man irgendwo hinfahren ähm, ja also, ähm, ja ich bin jetzt schon in nach Netopia 3 gerannt also ich hab das jetzt rausgelassen weil Kämpfe und hätte Zeit gekostet und es ist nicht schwer zu finden ich hab's gleich beim ersten Mal geschafft ohne irgendwie auf ne Karte zu gucken also würde ich sagen geht's weiter und zwar ins Internet achso, ähm ja, vorher war ich noch bei Moment mal gucken, ob ich das gespeichert hab ähm, nein hab ich nicht, natürlich ähm vorher war ich noch bei der Dentex City Arena also bei der äh Denscore bei diesem ersten Square halt Kreuzung ähm und ja da war ich an dem einen Brett und hab da noch eine Nachricht von wie ist er ähm Kott oder so, irgendwie so was in der Art gelesen da hab ich da noch was ganz toll zu kommen und zwar das ist auf Roll 3 ich glaub ich muss unten lang bei mir eben schon einmal ganz kurz was denn das Null Null ähm ja okay das sieht, das sieht krank aus das ist nicht ganz was das darstellen soll, das macht rothpulte 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 okay, um zäglich halb ich sterbe gleich oder keine Handlung so gut er hat mal die Karinerei werfen und versuchen nicht zu sterben und der Hintergrund sieht ziemlich strange aus irgendwie und da habe ich noch diese tolle Sache gefunden, ich habe keine Ahnung was sie macht, darum werde ich es euch ausprobieren und diese drei Felder von mir treffen wurde es zumindest gesagt sterb okay, das ist einfach nur der Ball von hier ist nämlich noch ein Bugfrag genau, ich suche die gerade noch diese Bugfrags lässt mich lügen, was lang geht hier oben rechts? nein, doch eigentlich schon, aber das war eine Verarsche äh, ich habe keinen berufenen Kampf was ich jetzt auch machen werde, ich glaube ich werde jetzt ab heute die Kämpfe raus, also ab ja gleich die Kämpfe rausschneiden weil es kostet Zeit und es sind ja eigentlich immer dieselben also die Gegner sind ab und zu mal ein bisschen anders und verletzen mich mehr oder weniger oder manchmal ganz zu viel sogar und manchmal bin ich auch einfach nur zu dumm und hier bin ich nicht geschissen aber damit muss man jetzt nehmen und wenn dieser Schrimp weg ist wird alles einfacher was er aber nicht will ähm ja komm, tot, hui ja, na gut, mal wieder wie ihr seht bin ich ja klasse vorbereitet und NULL ähm ja also ich verstehe noch nicht die ganzen sind von NULL aber NULL also die Hauptsache kaputt okay komm her du Schrimp toller Schrimp und ich habe noch ein bisschen ein paar Power-Ups gekauft und hier ein Power-Ups geschickt das heißt ich gehe jetzt hier mit Gutsman mit einem Schuss 8 ab was ganz nett ist auch wenn mein aufgeladener Schuss immer noch voll für den Arsch ist aber davon muss man absehen passiert okay ähm ja HP Recovery 150 hört sich doch schon mal gut an und ich glaube ich werde gleich dann jetzt die Kämpfe rausschneiden ja doch werde ich weil es kostet einfach nur Zeit irgendwie und es dies Jahr habe ich das nicht also ich habe das gerade eben schon gesagt okay so ähm ja und ich werde die Kämpfe nur drin lassen wenn da wirklich neue Gegner kommen was ich aber nicht hoffe blaues Eis können wir noch nicht zerstören oder na ich will noch nicht starten und wir müssen hier in Area 2 weil hier irgendwo der links ähm rechts geradeaus hier hoch ja da hinten ähm hier und hier liegt nämlich noch ein paar HP Power puh und ich habe jetzt hier das 540 HP mit 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 mit